Ja, das ist jetzt Volume 2, Bücher für Bücherliebhaber und Filme für Bücherliebhaber. Das ist jetzt auch unser ganzer Fundus. Volume 1 haben wir euch ja schon einiges gezeigt. Hier ist jetzt das Ende des Schützenfestes. Mehr haben wir jetzt nicht zu dem Thema im Regal. Zumindest ist es uns nicht aufgefallen, als wir unsere DVDs und Bücher durchgesehen haben. Also, wir brauchen Nachschub. Schreibt uns in die Kommentare, wenn euch Bücher und Filme für Bücherliebhaber einfallen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Tipps. Und ja, dann wollen wir doch mal gleich loslegen. Ja, und dann fangen wir einfach mal an mit Thera Lindt, das Supervibe. Es wurde über eine Million Mal verkauft, so steht es hier jedenfalls. Und das Buch war ja damals wirklich in aller Munde und man kam nicht an ihnen vorbei. Nicht ganz so unrecht. Die Geschichte handelt von Franziska. Franziska ist Schauspielerin. Sie ist verheiratet mit einem sehr erfolgreichen Regisseur, der sich gerade mal in der Karibik wieder rumtreibt und dafür das Fernsehen einen Mehrteiler dreht. Er vernachlässigt seine Frau sowieso sehr und er nutzt sie eigentlich auch immer nur geradeaus, wenn es so für ihn gerade passt. Ihre Karriere ist passé, seitdem sie die zwei Kinder hat. Die kamen auch immer zu sehr taktisch unklugen Momenten und er beauftragt sie jetzt, ein Haus zu kaufen. Damit das Finanzamt nicht sein sauer verdientes Geld sich reinzieht, muss jetzt eine Immobilie her. Sie kümmert sich auch darum, lernt dabei einen Anwalt kennen. Nur der Anwalt ist so geblendet, vielleicht von ihrer Erscheinung, dass er da irgendwas in den falschen Hals kriegt. Und bevor sie sich versieht, hat sie Scheidungspapiere unterschrieben. Die sind auch gleich gefaxt worden in die Karibik. Und ja, er bittet Franziska, sie möchte doch bitte die Geschichte ihrer Ehe aufschreiben, damit man was vor Gericht auch zu erzählen hat. Das macht sie, aber der Anwalt verhält sich da nicht ganz korrekt. Er liest das Ganze natürlich. Gibt es denn seiner Mutter? Und seine Mutter hat nichts anderes zu tun, als diese privaten Unterlagen an einen Verleger zu schicken. Und dieser Verleger sagt, tja, das ist eine Geschichte, die verlegen wir, das ist richtig gut, die kommt raus unter einem Pseudonym. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf. Was für eine Rache gibt es, die besser wäre als Erfolg? Und so ist dieses Buch die Geschichte einer Rache und einer Emanzipation von einer Frau, die sich von ihrem Mann hat immer deckeln lassen. Und von einer Autorin, nicht zu vergessen. Ja, die ganze Geschichte wurde auch verfilmt. Und zwar mit Veronika Ferris, Joachim Kroll, Richie Müller, Thomas Heinze, Lieselotte Pulver, Heiner Lauterbach, Isster Schweins, Til Schweiger. Ja, zufällig verheiratet, versehentlich geschieden. Ja, diese Komödie können wir euch wirklich nur empfehlen. Es ist einer meiner liebsten deutschen Filme und gehört auch zu meinen liebsten Komödien. Ich amüsiere mich jedes Mal. Und alle drei, vier Monate landet dieser Film bei uns im Player. Damals, als er gerade rauskam, habe ich mir den Film, glaube ich, viermal innerhalb einer Woche reingezogen. Dieser Film hat mich also damals sehr begeistern können. Und er begeistert mich noch immer. Ja, es ist wirklich ein richtig, richtig lustiger Film. Also, wenn ihr keine Lust aufs Buch habt, das hatte ich jetzt nicht, dann seht euch den Film zumindest an. Also, zumindest, wir können sagen, es lohnt sich. Ja. Da habe ich für euch Cornelia Funke, Tintenherz. Und dieses Buch habe ich damals in der Buchhandlung gesehen. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Dieses Buch musste ich haben, aber ich war im ersten Moment ja zu geizig. Also bin ich erst mal nach Hause gefahren, habe eine Tasse Tee getrunken und das Buch spukte immer noch in meinem Kopf rum. Dann habe ich kurz entschlossen zu Sina gesagt, los, zieh dich an, wir fahren jetzt nochmal los. Ich muss das Buch haben. Nicht koste es, was es wolle, aber ich will das einfach haben. Gesagt, getan. Das Buch hat mich auch nicht enttäuscht. Ja, und es sind auch noch die Folgebände bei uns eingezogen. Wovon handelt dieses Buch? Einmal Tintenblut und Tintentod. Ich habe dafür drei Anläufe gebraucht, bis ich mich vollends in die Geschichte verliebt habe. Dann habe ich, glaube ich, innerhalb von anderthalb Wochen alle drei Bände, und es sind richtig dicke Bände, weggezogen. Und damals habe ich nicht viel gelesen eigentlich. Aber ich brauchte eine Zeit, um mit diesem Buch klarzukommen, beziehungsweise ich habe es immer zur falschen Zeit angefangen. Irgendwann habe ich es dann in die Finger bekommen, habe gesagt, so, jetzt liest es. Und total restlos begeistert, hin und weg. Ja, und es ist die Geschichte einer großen Bücherleidenschaft. Es ist die Geschichte von Maggie. Und ihr Vater ist Buchrestaurator, aber er ist auch die Zauberzunge. Und er kann aus Büchern Gestalten herauslesen, Gegenstände, Menschen, Tiere. Das Ganze hat nur einen Haken. Wann immer er etwas aus einem Buch herausliest, muss etwas anderes verschwinden. Er hat keinen Einfluss darauf, was aus dem Buch kommt und was dafür gehen muss. Und so ist es leider tragischerweise passiert, dass seine Frau in einem Buch verschwunden ist. Dieses Buch hat er in seinem Besitz. Er traut sich aber auch nicht so ganz daran, jetzt wieder daraus zu lesen. Und es sind andere hinter diesem Buch hinterher. Zum Beispiel Staubfinger. Denn Staubfinger ist aus dem Buch herausgelesen worden und er möchte da unheimlich gerne wieder hinein. Er möchte in die Welt von Tintenwelt. Ja, und das Ganze ist also wirklich sehr, sehr spannend. Es ist auch noch wirklich ein ganz, ganz böser Mensch hinter diesem Buch hinterher. Capricorn, der von nicht zurückschreckt. Und das Buch entführt nach Italien in ein kleines verlassenes Dorf. Es ist unheimlich spannend. Und es ist einfach die Geschichte von Büchern. Und Maggies Tante hat auch, ach ja, eine wunderschöne kleine Privatbibliothek. Und wer Bücher liebt, wird sich wahrscheinlich zwangsläufig in die Tintenwelt verlieben müssen. Und das Schöne daran ist, dass über jedem Kapitel immer ein Zitat aus einem Buch steht. Also es beginnt immer mit einem Zitat aus einem Buch. Man kann unheimlich viele Bücher dadurch noch entdecken, weil sie halt immer Zitate darüber gesetzt hat. Und es ist auch wirklich schön noch mit kleinen Illustrationen. Es ist ein absolut liebevoll aufgemachtes Buch. Seht euch nicht den Film an. Nein, also der Film ist um Längen, um Längen. Also wirklich um hundertprozentige Längen nicht so gut wie die Bücher. Lest die Bücher, seht nicht den Film und vergesst den Film, wenn ihr ihn schon gesehen habt. Traut euch wirklich an die Bücher ran. Manchmal braucht es eine Zeit. Ich musste mich zum Beispiel erst, ich glaube, ich war zu sehr pubertierender Teen, als dass ich damit erstmal klarkam. Aber kaum war ich 20, habe ich die Bücher geliebt. Und ihr solltet sie auch wirklich mal ausprobieren. Ihr solltet einfach mal reinlesen. Wenn ihr Bücher liebt, ist das einfach der Wahnsinn. Weil der Film ist so ein bisschen sehr albern. Und anders halt. Ja, und anders halt. Und es geht weiter mit Marie-Sabine Roger, das Labyrinth der Wörter. Dieses Buch ist wirklich ganz, ganz großartig. Es war eines der besten Bücher, das ich letztes Jahr gelesen habe. Es ist die Geschichte von Germain. Germain ist so etwas, nicht ganz der Dorftrottel, aber es kommt dem schon gefährlichen ab. Er ist sehr ungebildet, ist dabei aber nicht dumm. Das sind ja auch noch zwei verschiedene Schuhe. Er lernt im Park eine alte, zierliche Dame kennen. Und diese Dame öffnet ihm die Welt der Bücher. Und auf einmal, ja, verändert sich seine ganze Welt. Und das ist wirklich ein wunderschönes Buch. Ich kann es nur empfehlen. Das Buch ist verfilmt worden mit Gérard Depardieu. Den Film mochten wir beide nicht. Nein. Besonderlich gerne. Also wenn ihr euch da einen Gefallen tun wollt, dann liest auf alle Fälle erst das Buch und schaut euch dann den Film an. Also ich kannte auch das Buch nicht und fand trotzdem den Film nicht gut. Also, aber es ist wirklich ein ganz großartiges Buch. Ich kann es auch wirklich nur rein Gewissens empfehlen. Und eine Rezension dazu findet ihr unten. Eine Rezension findet ihr auch schon unten in der Infobox zu diesem Buch. Rebecca Fischer, nur lieben ist schöner. Hier geht es um eine Autorin, um die Autorin Nelly. Und Nelly, ja, hat eine Schreibblockade. Und sie fliegt bei ihrem Verlag mehr oder minder raus, weil sie es nicht mehr schafft, Helden zu kreieren, in die man sich auch verlieben kann. Kein Wunder, bei ihrem Liebesleben ist ja auch nicht gerade viel los. Ein richtig süßer Frauenroman. Seht ihn euch an. Unten, wie gesagt, ist eine vollständige Rezension. Jetzt etwas ganz anderes. Ein Mystery-Thriller. Mikkel Birkegaard, die Bibliothek der Schatten. Das Buch dazu findet ihr auch schon eine Rezension unten in der Infobox. Darum halte ich mich auch kurz. Es ist halt die Geschichte von Büchern, die eine bestimmte Kraft in sich haben. Und da geht es dann auch ganz schnell um Leben und Tod. Aber wie gesagt, schaut einfach unten in die Infobox. Da findet ihr die Rezension dazu. Ja, dann haben wir hier einen Film mit Abigail Breslin, Jodie Foster und Gerald Butler, Die Insel der Abenteuer. Und wenn man das Cover sieht, glaubt man eigentlich nicht, dass es um Bücher geht. Aber es geht um Bücher und es geht um eine Autorin. Denn dieses kleine Mädchen hat eine Lieblingsautorin. Und das ist Jodie Foster. Und sie wohnt, das kleine Mädchen wohnt auf einer kleinen Insel und liest immer die Abenteuer-Romane über einen Jack Rover. Und Jack Rover, ich glaube so heißt er, ich bin mir nicht ganz, Alexander Rover, Alex Rover, genau. Also der Held in den Büchern heißt Alex Rover. Und der erinnert sie auch ein bisschen an ihren Vater, gespielt von Gerald Butler. Ja, und an den wendet sie sich jetzt, als ihr Vater nicht mehr nach Hause zurückkommt. Und so bricht diese Autorin, die voller Neurosen ist und voller Angst ist, auf, um diesen kleinen Mädchen zu retten, das ganz alleine auf einer Insel existiert und von der der Vater verschwunden ist. Und es ist einfach nur super süß und absolut witzig, wie die Autorin sich mit ihrem Hauptcharakter dann auch noch unterhält, wie er bei ihr im Zimmer steht und dann sagt, komm, los, Abenteuer. Und stell dich mal nicht so an. Es ist so, so süß und ein richtig, richtig toller Film für die ganze Familie. Ups. Ich gehe dann mal wieder ins Buchgeschäft, in einen kleinen Buchladen. Und es ist der Buchladen von Anjali Banerjee, die Bücherflüsterin. Dieses Buch ist, glaube ich, ein Mussbuch für alle, die Bücher lieben. Es ist die Geschichte von der einer Inneren, von Just Me Mystery. Und sie kehrt nach Hause zurück, also sie leben in Amerika, und sie kehrt zurück nach Shelter Island. Und da hat ihre Tante einen kleinen Buchladen. Aber dieser Buchladen ist etwas ganz Besonderes, denn da bekommt der willige Leser genau das richtige Buch für sein Problem verpasst. Und in diesem Buchladen spukt es. Es gehen da, ja, die Gespenster oder die Geister von großen Autoren um. Ein ganz, ganz tolles Buch. Balsam für die Seele. Ein, ja, es ist auch nicht kitschig, es ist wirklich wunderschön. Ich habe sie jedenfalls als wunderschön empfunden. Ja, dann haben wir einen Film mit Johnny Depp, Kate Winslet, Kate Winslet, Julie Christie und Dustin Hoffman. Obwohl Dustin Hoffman eine sehr, sehr geringe Rolle spielt. Eine geringe Rolle. Dann sage ich doch mal lieber, mit dem unglaublich talentierten kleinen Schauspieler, beziehungsweise damals war er noch klein, Freddy Heimo. Und es geht um, wenn Träume fliegen lernen. Ja, wenn Träume fliegen lernen ist die Entstehungsgeschichte von Peter Pan. Wie ist es, Jay, wie heißt nochmal der Autor, James M. Barry, was hat ihn dazu beflügelt, diese Geschichte zu erzählen? Was hat ihn dazu beflügelt, Nimmerland zu erfinden? Ja, es ist ein richtig toller Film über die Kraft der Fantasie, über das Geschichtenerzählen im Allgemeinen und es ist auch meiner Meinung nach eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte und ein Film zum Träumen. Ich habe ihn im Kino gesehen, alle um mich herum haben fürchterlich geheult. Es ist also ein Film, den man besser mit Taschentüchern sieht und ein sehr bewegender Film, der ans Herz geht. Ja, ich denke aber auch, viele kennen ihn von euch. Schließlich wurden alle Filme mit Johnny Depp in den letzten Jahren sehr gehypt und ziemlich oft auch im Fernsehen gezeigt. Ein ganz besonderes Buch ist dieses Buch, Wie der Löwe ins Kinderbuch flog. Geheimnisse erfolgreicher Kinder- und Jugendbuchmacher und das Buch haben wir auch schon vorgestellt. Hier haben sich unzählige Autoren versammelt und die geben Einblicke in ihre Art des Schreibens, wie sie schreiben, wie sie auf ihre Charaktere kommen. Das Buch ist auch sehr, sehr schön aufgemacht. Es wird immer aufgelockert durch Fotos. Ich habe jetzt einfach wahllos mal was aufgeschlagen von ihren Arbeitsplatz. Hier haben wir zum Beispiel Zufall, will es jetzt so, Gabriela Engelmann, wie sie ans Schreiben gekommen ist und wie sie mit den Charakteren umgehen. Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Buch, das uns sehr viel Freude gemacht hat. Und ich glaube, wenn irgendjemand mit dem Gedanken spielt, von euch Autor zu werden, ist das eine absolute Goldgrube. Aber auch für jeden, der natürlich gerne wissen möchte, was macht meine Lieblingsautorin oder mein Lieblingsautor? Wie sind sie dazu gekommen? Wodurch werden sie inspiriert? Wie gehen sie mit dem Schreiben um? Ja, dann habe ich hier jetzt, und das ist das letzte Buch, das Buch Writing Magic von Gail Carson-Lewin, der Autorin von Ella Enchanted. Und es ist leider ein englisches Buch, aber es ist eine Anleitung, ein kleiner Schreibkurs. Und dieser Schreibkurs hat mich damals sehr inspiriert. Es ist für Kinder geschrieben, deswegen sehr einfach auch gehalten, für Kinder und Jugendliche. Einfach nur, um die Liebe zum Schreiben und ein paar kleine Tricks und Tipps gibt sie trotzdem. Ja, es ist einfach ein gutes Buch für jeden, der jetzt Autor werden will. Es lässt sich leicht lesen, es lässt sich schnell lesen, aber es gibt vielleicht noch den ein oder anderen Hinweis, wie aus der angefangenen Geschichte dann vielleicht eine beendete Geschichte wird. Und das wäre es von uns und wir freuen uns auf eure Buch- und Filmtipps. Lasst es uns wissen und lasst uns auch wissen, wenn ihr sagt, wir würden gerne noch ein Geschenke-Tipps-Video sehen zu dem und dem Thema. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und schon mal im Voraus vielen Dank für eure Dokumente und eure Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns jetzt. Ciao. Ciao.